Willkommen zurück zu Anthem und einem weiteren Video von mir. Heute wird es um den Kolossus gehen und wenn ihr in Zukunft kein Guide, kein Infovideo mehr rund um Anthem verpassen wollt, dann solltet ihr jetzt abonnieren. Der Kolossus ist der Tank unter den Javelins und wie es sich natürlich für einen Tank gehört, ist der Kolossus stark gepanzert und für seine Feuerkraft kann er eben auf Explosionsschaden zurückgreifen. Des Weiteren kann er noch zwei Waffen tragen, allerdings kann er keine Pistolen tragen und auch keine Maschinenpistolen. Und was er so an Skills mitbringt, darauf werde ich jetzt im Folgenden eingehen. Bevor wir jedoch mit den Skills loslegen, müssen wir natürlich noch über die Nahkampffähigkeit des Kolossus sprechen und die nennt sich Schmetterschlag. Hier ist es so, dass ich entweder aus der Luft heraus nach unten stoßen kann und meine Gegner niederschmettere oder ich bin im direkten Nahkampf in der Lage, einen Schlag auszuführen, in dem dann entweder wieder die Gegner zur Strecke gebracht werden oder ich eine gewisse Wahrscheinlichkeit habe, vielleicht stärkere Gegner auf den Boden zu schleudern und damit werden sie dann für nachfolgende Angriffe verwundbarer. Die erste Möglichkeit der Skills nennt sich Attalerieausrüstung und da dreht es sich natürlich um richtig schwere Waffen, die der Kolossus hauptsächlich auf seinen Schultern trägt. Und als erstes hätten wir da zum Beispiel den Flammenwall-Mörser und hier schießt ihr ein Projektil ab, was eine Feuerwand aufbaut und jeder Gegner, der durch diese Feuerwand hindurch geht, der bekommt natürlich massiven Schaden. Dann haben wir noch den Streumörser, hier feuert ihr eine Salve kleiner Geschosse ab, die über einen sehr großen Wirkungsbereich dann eben Schaden verursachen. Als nächstes haben wir den hochexplosiven Mörser, hier schießt ihr ein einzelnes schweres Projektil ab, das in seinem Wirkungsbereich dann massiven Schaden verursacht. Der nächste Skill wäre die Blitzspirale und hier trefft ihr ein zufällig ausgewähltes Ziel, das sich vor euch befindet mit einem elektrischen Geschoss. Wenn ein Ziel einen Statuseffekt hat, also zum Beispiel brennt oder eingefroren ist, dann hat dieses Ziel Priorität und wird mit einer höheren Wahrscheinlichkeit von diesem Projektil getroffen. Als letzten Skill bei der Artillerieausrüstung haben wir noch die Schockspirale. Da zeugt der Kolossus elektrische Schockwellen um sich herum, die alle Ziele in der Nähe dann treffen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der Kolossus ja als Tank ausgelegt ist, das heißt man befindet sich immer an vorderster Front, wo sehr viele Gegner sind, da könnte sich so ein Skill natürlich schon bewähren. Warten wir mal ab, ob es dann im fertigen Spiel auch wirklich so ist. Die nächsten Skills werden zusammengefasst unter dem Begriff Ausrüstung für schwere Angriffe. Diese Waffen sind am Unterarm des Kolossus montiert und da gibt es zum Beispiel den Flammenwerfer. Ganz klar, das Teil funktioniert, wie man sich einen Flammenwerfer vorstellt. Man hat eine Waffe, die einen Flammenstrahl erzeugt und allen Gegnern, die getroffen werden, entsprechenden Brandschaden zufügt. Anstatt des Flammenwerfers kann man sich aber auch dazu entscheiden, eine Flakkanone am Unterarm zu montieren. Und hier verschießt man dann Projektile auf kurze Distanz und erzeugt damit Explosionsschaden. Der nächste Skill ist der Säurespucker und da passiert genau das, was der Name schon vermuten lässt. Man kann Säure ausstoßen und nahegelegene Gegner verätzen. Dann gibt es noch die Feldkanone. Hier verschießt ihr dann ein größeres Projektil, was im anvisierten Bereich Explosionsschaden verursacht. Als letzten Skill haben wir dann noch die Schienenkanone. In der Waffe wird ein Projektil beschleunigt und damit kann man sehr präzise und mit verheerender kinetischer Energie ein einzelnes Ziel treffen. Natürlich bringt der Kolossus wie alle anderen Javelins auch sogenannte Stärkungsausrüstung mit und dabei handelt es sich um Effekte, die in irgendeiner Form etwas Positives für die Teammates und einen selbst mitbringen. Und bei dem Kolossus ist es als erstes mal so, dass der einen Spot hat. Und was ist ein Spot? Ein Spot ist nichts anderes wie eine Möglichkeit, alle Gegner in einem bestimmten Umkreis dazu zu zwingen, nur noch den Kolossus anzugreifen. Dadurch, dass der Kolossus so extrem stark gepanzert ist, kann er diesen Schaden dann auch abfangen und die Teammates bekommen erst mal keinen Schaden. Ein anderer Skill aus der Stärkungsausrüstung, für den man sich entscheiden könnte, wäre der Deflektorimpuls. Hier bekommen dann alle Verbündeten in der Nähe eine Schadensresistenz. Kommen wir zur ultimativen Fähigkeit des Kolossus. Denn natürlich hat auch der Kolossus eine Ultimate und die nennt sich Belagerungskanone. Und wenn man das Wort Belagerungskanone hört, dann denkt man zwangsläufig an große Explosionen und enormen Schaden. Und genau so ist es. Mit der Belagerungskanone kann man beispielsweise kleinere Gegner direkt pulverisieren. Man kann aber auch größere Gegner angehen oder einen Boss angehen und dort massiven Schaden zufügen. Und damit sind wir durch mit den Skills für den Kolossus. Und wie immer würde ich mich natürlich über ein Abo von euch freuen. Ich würde mich über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Wenn ihr Fragen habt, haut es mir in die Kommentare. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, entweder hier auf YouTube oder auf Twitch, wo ich ja auch sehr aktiv bin. Zum Beispiel werde ich am 25. die VIP-Demo zu Anthem streamen. Würde mich freuen, wenn ihr dabei wärt. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Euer Latan. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020